So Leute und damit herzlich willkommen beim nächsten Video und zwar ein Blacky Erklärt. Blacky Erklärt sind die Videos, wo ich Fragen, die ich bekomme, die ich mal wieder so random gestellt bekomme oder Sachen, die ich immer und immer und immer und immer wieder zum Beispiel Neulingen beibringe und denen erkläre, euch zeige. Im heutigen Video seht ihr auch schon im Titel geht es um erst hauen, dann bauen. Diese Videos sind nicht so lang, dementsprechend hoffe ich, dass es reicht, dass Leute sich das angucken und Spaß damit haben und sehen, was damit funktioniert. Wenn ihr das Video gut fandet, könnt ihr am Ende ja einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, andere Videos von mir sehen wollt oder anderes und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann vielleicht später, weil ihr sagt, es ist ein cooler Dude, dann habe ich Patreon. Genau wie diese Personen, die mir hier im Gesicht gerade rumschwirren, das sind Personen, die mich unterstützen mit einem monatlichen Beitrag. Vielen, vielen Dank an euch und vielleicht ist das ja auch was für euch. Ab drei Euro könnt ihr mich unterstützen und ja, dann gehen wir jetzt mal in die Erklärung rein. Das heißt, der Erklärbär kommt raus. Wie ein Magic-Zug funktioniert, habe ich vor langer Zeit mal erklärt, die meisten Leute wissen es, groß passiert folgendes, wir enttappen, wir ziehen eine Karte, dann können wir Kreaturen und Sorceries spielen, dann können wir angreifen und dann können wir wieder Kreaturen und Sorceries spielen und dann behenden wir den Zug. Das ist jetzt ganz grob, das ist wichtig für das, was jetzt kommt. Wenn wir eine Situation haben in Magic the Gathering, wo es um den Kampf geht, ist es für viele schon sehr kompliziert und das ist auch zu Recht so. Magic ist kein leichtes Spiel und auch der Combat, also der Kampf, ist nicht so leicht. Dafür haben wir viele Faustregeln, die wir Leuten beibringen, wie zum Beispiel Maths for Blockers, bedeutet die Mathematik hinter wie viel Schaden der Gegner bekommt, das ist was, was derjenige, der blockt, ausrechnen muss. Bitteschön. Wir haben einfach alle Kreaturen quergelegt. Und genau zu dieser Kategorie fällt auch die Information Ersthauen, dann Bauen. Wie immer bei solchen Faustregeln ist es so, dass es nicht hundertprozentig richtig ist und immer anwendbar ist, sondern es ist natürlich auch hier situationsabhängig. Aber ich würde sagen, so in 90, 95 Prozent der Fälle sind wir mit Ersthauen, dann Bauen sehr gut bedient. Woher kommt das? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben zwei Felder und auf diesen Feldern ist es so, dass die Personen erst eine Kreatur spielen, ausgetappt sind und dann angreifen. Nun gehen wir in die Blockerphase, die andere Person blockt mit verschiedenen Kreaturen, eben die ganzen Sachen, denn sie weiß, es kann kein sogenannter Combat Trick kommen. Also einen Spontanzauber, der irgendwie plus zwei, plus zwei gibt oder so und kann damit safe diesen Block annehmen. Diese Person hätte, wenn wir jetzt Mana offen hätten, vielleicht nicht geblockt, wenn wir angegriffen hätten und noch Mana offen hätten. Das bedeutet, wenn wir Schaden durchbekommen wollen und dem Gegner Informationen zurückhalten wollen und nicht zeigen wollen, dass sie Informationen haben, dann sollten wir erst zuschlagen und dann in der zweiten Mainphase sollten wir unsere Karten spielen. Somit gehen wir eben genau in diesen Punkt rein, dass wir sagen, der Gegner weiß nicht, was wir noch spielen können. Vielleicht können wir auch wirklich gar nichts spielen und hauen deshalb zu. Und um diese Informationen nicht zu geben, sollten wir immer erst angreifen, den Gegner blocken lassen, schauen, was passiert und dann weiterspielen. Auch ein gutes Beispiel ist, wenn wir einen Removal auf der Hand haben und diesen Removal dann spielen auf die Kreatur, die blocken könnte. Vielleicht Jump blockt. Jump blockt bedeutet, er blockt mit einer sehr viel schwächeren Kreatur, damit er keinen Schaden bekommt. Der Gegner auch einfach mit seiner Kreatur, die unsere Kreatur. In diesem Fall ist es so, dass wir mit einer Kreatur gegen eine 1-1-Kreatur laufen und die könnten wir vorher mit einem Lightning Bolt, der drei Schaden macht, kaputt machen können, um dann freie Bahn zu haben. So konnten wir jetzt einfach angreifen. Der Gegner blockt oder blockt nicht, das entscheidet ja er. Und wenn er jetzt blockt, müssen wir unseren Zauber nicht darauf verwenden. Das heißt, wir haben mehr Informationen gewonnen und haben unseren Zauber immer noch auf der Hand und trotzdem die Gegner-Kreatur kaputt gemacht. Wohingegen wir, wenn wir den Zauber jetzt gespielt hätten, zwei Schadenspunkte am Gegnergesicht gemacht hätten, die vielleicht tödlich sein könnten, aber da hätten wir auch den Lightning Bolt ins Gesicht werfen können. Aber das hätte uns halt keinen Vorteil gegeben. Wir hätten das Board nicht weiter developed, also nicht weiter weiterentwickelt und hätten wirklich einfach Ressourcen verschwendet. Manchmal ist es vorteilhaft, so etwas vorher zu spielen. Gerade wenn der Gegner zum Beispiel eine sehr große Kreatur hat, an der wir nicht vorbeilaufen können, wäre es vorteilhaft, wenn wir das nicht so einfach reinlaufen und danach sagen, oh, dann zerstöre ich noch, dann haben wir jetzt 2 gegen 1 getauscht. Das versuchen wir bitte nicht. Wir versuchen bitte immer vorteilhaft für uns zu tauschen. Und wie tauscht man erfolgreich? Indem man dem Gegner nicht wissen lässt, was man noch alles da hat, mit dem man tauschen kann. Wie gesagt, solche Regeln zählen nicht immer, sind aber doch schon relativ wichtig, die anzuwenden und zumindest mal nachzugucken. Und darum dreht sich alles. Keine Informationen dem Gegner zu geben, während man selber möglichst effizient anfangen kann, Schlagabtäusche zu machen und so den Kampf für sich zu gewinnen. Dementsprechend, das ist die Erklärung, warum es erst hauen, dann bauen gibt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Ihr habt es ein bisschen besser verstanden. Ich habe natürlich, wie gesagt, nicht alle Aspekte damit erklären können. Und es gibt immer noch situationsabhängige Sachen, wo diese Sache nicht stimmt, wo man nicht zuerst zuhaut und dann baut, sondern wo man das erst andersrum macht. Aber grundsätzlich, wenn jemand in eurem Local Game Store oder eurer Commander oder sonst was sagt, du musst erst hauen und dann bauen, wisst ihr jetzt wenigstens, was diese Person von euch möchte und warum sie mit euch darüber redet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben dalassen, abonnieren, wenn ihr mehr wissen wollt und sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm alexate. Ciao, ciao. I'm alexate.